Urlaub in Italien! 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 Zeigt als Deutscher, wer ihr seid und repräsentiert euer Land, indem ihr die Höchstgeschwindigkeit beim Fahren auf jeden Fall einhaltet. Da vorne ist die Polizei, ich weiß nicht, wie schnell die wir fahren werden, deshalb bremst ich jetzt radikal ab und ich schaue die Fahrt mit 3.5.5. Und ich schaue die Fahrt mit 3.5.5. Das ist das ganze Mal nach oben! Wie bist du? Italien! Radio! Sehr gut! Ich stehe neben dir! Ich da! wo ganz viel anders drauf ist! So, hier habe ich geschlafen. Sieht auf jeden Fall prime aus. Das ist ein gutes Doppelbett. Gugner Ernährung ist auch immer sehr wichtig. Wir haben hier High Premium Trainingslager. Du weißt nicht, welche Tipps! Ich habe keine Tipps! Lieblingsstrecke! Revanend! Wulschig! Und die Visado Ecstasy! Aber es ist nicht erlaubt, da hochzufahren! Wichtig ist natürlich auch, dass ihr eure Kultur mit nach Italien bringt! Das zeigt, wer ihr kommt! Und deshalb soll man auch euren Musikgeschmack erkennen! Jetzt hier in Griechscherwein! In Griechscherwein! So, willkommen an der ehemaligen NATO Base! Das erste Trails im Finale! Und wenn man wirklich mal ein spezielles Bild haben will, oder wirklich mal was ganz einzigartiges den Leuten zeigen will, dann macht man hier ein Foto vor den schönen Graffitis auf dieser ehemaligen NATO-Phasis. Durch solch ein Bild hebt man sich wirklich in der Social-Media-Welt von all den anderen Bildern aus Finale Ligure ab, denn dieses Bild gibt es nur einmal! Verdauen! Wir brauchen passieren! Wir können nicht mehr! Weil die Gruppe kann nicht mehr! Warum sehen wir? Junge Mittagsschlaf! Nach einem ausgewogenen Mittagessen mit einem super tollen Italienischen Restaurant kommt es manchmal zum Problem, dass man möglicherweise am Nachmittag nicht mehr die Möglichkeit hat, super schön auf dem Fahrrad zu fahren und dann steht man da wie dieser Junge her Somit passt auf auf euer Mittagessen, wenn ihr am Nachmittag auf Fahrrad fahren wollt! Wenn ihr einen richtig originellen Abschluss haben wollt, wie kein anderer das jemals Finale gemacht hat, würde ich einfach hierher nach wie heißt der Ort? Final Borgo! Nach Final Borgo gehen wenn ihr ein richtig geiles Eis kennt! Um so einen erfolgreichen Tag am Shuttlen und Mies Shredden abzuschließen, darf euch am Abend eine Buscotto mit dem Expresso nicht fehlen! Geht am besten auf so eine wunderschöne Ware wie ich hier und hammert euch richtig schön den Bladen rein!